So. Ja. Ich glaub ich kann mal helfen oder sowas. Ich hab so die Vorhinein, dass es mit mir noch schlimmer wird. Nee, der hat auf jeden Fall. Ja, also bleib ich nicht mehr weg. So. Eichhörnchen. Schade. Boah wie viel Eisen. Krass. Oh Gott, das tritt sie. Äh, Sandy kommt morgen wieder ein neuer Part von Heavy Rain? Naja, ich weiß nicht, ich bin momentan nicht so am Hof lang. Ist da ja immer so lange. Ich will aber nicht schon... Das ist cool. Oh. Rechts ist wieder ne neue Höhle hier. Alter, wo bist du, Mann? Ich bin da, wo ihr diese Fackeln dahin gesetzt habt. Diese grüne und die Dinge. Ein bisschen weiter unten. Okay. Okay. Oh Gott. Und wir zurück. Nein! Was ist denn? Hilfe! Was macht ihr da? Alter? Nein, 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 nein! Fledermos! Oh Gott. Oh jetzt fliegt sie weg! Moment. So. So weg mit Das darf für eine Wahr sein jetzt Batman, komm mal her Wir sind auf dem Weg Also, warte Ich krieg die Blindermaus da nicht weg Ah, jetzt Hier unten ist die Falle Wenn ihr dann hier herkommt, macht mal bitte den Wasserfall aus Wieso wir? Da, Wasserfall weg Dankeschön Boah, ist das alles Erz da unten? Ist ja krass Oha Ist wieder dieses Tungsten wahrscheinlich Nee, Tin Tin haben wir genug Okay Oha, voll daneben gesprungen Was da oben? Herz wieder Cool, oh Vorsicht Vorsicht Weil Wir müssen eigentlich drei Stück haben Oh mein Gott Das war gerade voll die Verzögerung irgendwie Bei mir hoch Verzögerung Und keiner Leck Okay Ach, zum Glück habe ich dieses Seil mitgenommen Hier Ich brauche mir nicht neue Schwert Fuck Ich kämpfe gegen die Pflege Ich kämpfe gegen mich selbst Dass ich da hochkomme So Oh Gott Sehr schön Wie viele haben wir jetzt? Also ich habe zwei Ja, zwei Hat irgendjemand von euch noch eins? Weil ich habe noch eins irgendwo gesehen Nö, weil ich habe Einen von euch ja den Hammer ja gegeben Ja, mir Aber das kann man ja ohne den Hammer abbauen Ja, ich weiß Aber ich habe trotzdem keines danach mehr gesehen Okay, das hätte ich lieber nicht machen sollen Oh, hier geht es auch noch weiter Oh Ich versuche zu helfen Cool Ah, das ist nicht so cool, dass sie jetzt gestorben ist Oh mein Gott Ich glaube, wir werden Sandy das erste Herz geben Und das zweite auch Sie kriegen gleich zwei Ich verzichte Ah, ne, nicht schon wieder so ein Eisdingens Ich glaube, ich brauche da hier deine Hilfe Ich habe gerade selbst ein kleines Problem Okay, Moment Dann komme ich mal zu dir Ja, ich brauche mich gerade schon zu dir hin Ja, ne, super Warte Du darfst herkommen Viel zu viel, ich muss das Gold holen Oh Gott, ich will da jetzt gar nicht runter hier Oh, oh Da ist dieser komische scheiß Minenarbeiter hier Bin gleich tot Ja Das sagst du war früh, du Ja, ich weiß Also ich wollte auf jeden Fall ein besseres Schwert Weil sonst komme ich nicht mehr nach unten Kann man mit dem Seil Ah, cool, das geht doch ins Wasser Warte, dann brauche ich mal das Gold hier noch weiter ab Ich brauche eigentlich ein besseres Material, welches Schert hast du jetzt nochmal? Ähm... Tunksten Ach, du sch... Was ist das denn? Nein, ich bin nur gerade in die voll tiefe Wasserhöhne gefallen und naja, ist nicht zu gut jetzt gerade Oh Das ist echt nicht mehr Ah, nicht schon wieder Ich mache mir jetzt so ein Tint-Schwert, ey Ja, Tint ist schlechter, glaube ich Ja, aber was anderes ist ja nicht außer Gold, aber das wollte ich dem Allerweiter jetzt noch sammeln Ja, warte mal, Gold hole ich gerade noch Oh Gott, ich glaube, ich hatte das Minenarbeiter und ich... der so... Ja, die nerven richtig, diese Teile Ja, aber die sind sehr anfällig gegen Bogen Ja, das auf jeden Fall Ist mir gerade aufgefallen So, wo hin... wo seid ihr eigentlich? Ich bin nur noch hoch Ich bin nur noch hoch Oh, ne Bombe Wie viele Bomben habe ich denn bitte sieben? Boch Kann man auch nicht sprengen? Ich suche es gleich mal Oh, ne, ich will mal das zusammen Das cooler Was ich auch... Ich hab ne Eisfackel Ich hab ne Eisfackel Felix, wo bist du? Hilfe, 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 Hilfe Moment, wo bist du denn? Hä, was hast du denn da? Ja, war... Ja, war... Okay, okay... Er ist gerade drunter gefallen Gofter rein Okay Dann lass uns mal da weitergehen Oh, im Moment, lass uns eine Bombe reinwerfen, dann wird er weggespringt Moment... Schneller Tod Aber man ist jetzt 100 Damage, glaube ich Oh Das hat gepufft, aber nicht weiter Oh Hä? 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 Ich möchte das eigentlich runter, ich bin gerade eben gezwungen, da runter zu springen Moment Moment Das ist klar Oh Boah Indiana Jones Das ist so cool Wie das aussieht So, warte mal, den hole ich mir Den kleinen Drecksack Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Du springst genau drauf Wie lange wollten wir die Parts jetzt eigentlich machen? Ähm, ja das wollte ich auch gerade vorhin fragen, aber irgendwie dachte ich mir nicht Der eine Part, er geht jetzt halt 3 Stunden, das ist ja nicht so schlimm Hehehe Ein ganzer Part Nein, 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 ich schneide das, also ich nehme immer wieder am Stück auf Oder willst du... Ja, ist ja schon klar, aber ich meine jetzt, wie lange machen wir so ein paar halbe Stunde? Ne Sö mal, wollen wir nicht das Wasser ablassen oder so, weil, naja, in der ganze Zeit hoch wird Ja, Moment Was ist denn unten, dann? Ah, guck mal, nimm mal den Halt dran Bin gleich da Ja, mit Haar kannst du dich schnell heilen, das geht in dem Spiel auch Ähm, ich würd sagen wir machen die Parts, je nachdem wie es sich so anbietet, also halt nicht... Cliffhanger sind erlaubt, aber... Die soll ja auch Sinn machen, dass der Part einen Namen hat, zum Beispiel Ja, das auf jeden Fall Also, ähm, ich würd sagen, zwischen 10 und 20 Minuten einfach Okay Also, 10 ist zu... zu wenig und 20 ist dann zwar nicht zu viel, aber er soll halt nicht jeder Part 20 Minuten lang sein Ach, er schmittelt ein Herz Dann müssten wir eigentlich jetzt drei haben, ne? Ja, Moment Ich baue das mal ab Dann kriegt jetzt jeder mal eins Ähm... Also, wie viele Herzen hat's ihr gerade? Ah, jetzt hab ich alle drei gegeben, um... Warte Wir haben... Wie viele Herzen? Äh, 2, 4, 5 Obst, oder? Das war nicht falsch, das habe ich aber hier noch... Jetzt müsst ihr eigentlich alle ein Herz haben Ja Jetzt einfach nehmen und... So Hat man 20 mehr Das ist cool Wie viel ist Maximum? Äh, 400 Äh, 400 Das ist geil Nimmst du das Herz einfach, wählst es außen und drückst dann einmal eine linke Maustaste Da oben geht's ja auch nur weiter ich habe jetzt ein Effekt im Herzen oh Gott ja, stimmt auch oh nein, 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 nein was habe ich denn gemacht? ah, 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 nein, nein, nein oh nein wie tief du runter fliegst hab's aber überlebt hinter dir, hinter dir oh Gott, oh Gott oh so ich war unbedingt so ein Luftschacht hier ah, ok, hab eins müssen wir die Dinger wieder wegmachen, oder? oh, oh obwohl das ist irgendwie blöd, wenn ich das nochmal ah, ah ach die ganze Höhle schon mal fluten so kann ich jetzt hier nicht mehr so ein Ding zu machen das ist ein Seil, genau eines toll da kommen wir wenigstens wieder raus, ne? oder nicht kacke oh mein Gott, das ist so geil gezahnt oh oh alle hopp nein au fuck so ein bockmist oh da wird man wohl irgendwie da hochkommen hier kommst du rund oder geht ihr nach oben? weil ich warte nicht jetzt hier ja, warte äh ich weiß nicht, ich komme gerade nach unten wenn wir hier nichts sagen ja, da oben war doch noch was, da wollte ich extra jetzt hin warte ich komme jetzt gleich so äh oh ja, ich bin nicht mehr allein ja, ich bin nicht mehr allein so ich glaube wir sollten uns doch bis zur Hölle vorgraben oder was? ja, mit wo was abgeht hier da geht genug ab, glaub mir na, langweilig ist es ja nicht eigentlich äh, ich krieg das, das Zeil da oben nicht ab äh äh ich komme da nicht hin yes wir brauchen keiner fail okay so, ein Seil habe ich noch ui ah oh Gott oh man, da kommt man jetzt runter und dann ist uns auch passiert so, was ist denn, was ist denn hier, hier kommt man noch weiter ich habe aber keinen Clawstick mehr ich hätte die gerade auch jetzt alle schon ausgegeben hier die hängen hier überall hä? sag mal, warum habe ich sieben Seile anstecken? hey, und ich habe noch einen Clawsticks, braucht ihr mehr? äh werfen wir ein paar hier rein kurz also einen ein einziger nicht mehr sehen, ob hier irgendwo noch wie werf ich denn das Teil? äh, linke Maus hast du werfen die andere Richtung genau hey, da ist eine Höhle, gut ja, so geht's auch hab da unten gerade noch irgendwas gesehen da ist noch eine Qualle da unten oh Gott, nein, nein, es lootet oh puh da unten ist, nicht das wäre ein Herd, aber es wäre dieses komische Erz da, was man hier abbauen kann weif, kann man mal hier so einen Clawstick runter? Moment da hinten ist so eine kleine Höhle noch Luft ich komme mal schnell wieder so einen Luftschacht hier wir kommen hier wieder hoch wir haben ein Problem ne ne es funktioniert jetzt aber auch Glück gehabt das war richtig wies Moment, Moment sie kriegt auch noch eins das kann man sich hier hinstellen warte mal, lass mal also du baust dich da runter ich bin da unten links, da ist so eine Höhle, seht ihr? da leuchtet irgendwas hier ist auch noch irgendwas, oder? wenn es dir gefallen hat, lass den grünen Daumen da und schreib mir deine Meinung in die Kommentare um mich zu unterstützen ich zähle auf dich und bedanke mich fürs Zusehen bleibt dran, bis dann bis dann auf jetzt den auf auf see ist schnell